Herzlich willkommen zu einer neuen Aktienanalyse und heute einmal mit einem Unternehmen, was sehr, sehr große Versprechen in die Zukunft bringt, nämlich die Plug Power Aktie. Und deswegen wollen wir uns das Ganze auch erstmal anschauen, in welchen Bereichen möglicherweise Wasserstoff überall zum Einsatz kommt, um uns dann einmal genauer mit den Unternehmenskennzahlen von Plug Power auseinanderzusetzen. Und hierzu habe ich meine Grafik von Plug Power selber herausgesucht, wo man im Endeffekt angibt, was man alles übernehmen möchte. Einerseits natürlich die Wasserstoffherstellung, dann aber auch den Transport und die Speicherung des Wasserstoffs. Und dann natürlich auch wieder die Rückabwicklung in Energie. Und die große Sache wird natürlich nachher sein, wo wird das Ganze Anwendung finden, weil das im Endeffekt bestimmen wird, wie groß der Markt für Wasserstoff im Allgemeinen sein wird. Und damit verbunden dann natürlich auch der Markt für Plug Power sein wird. Und Wasserstoff wird natürlich sehr, sehr häufig im Kontext von erneuerbaren Energien verwendet. Dabei darf man nicht vergessen, Wasserstoff stellt eigentlich nur ein Speichermedium von Energie dar. Ich habe hier mal eine Grafik der Bundesagentur für Energie und Wasserwirtschaft rausgesucht. Und im Optimalfall natürlich durch erneuerbare Energien erzeugter Strom wird für eine Elektrolyse von Wasser genutzt, wo am Ende dann nämlich unser Wasserstoff entsteht. Und der wird dann in einem späteren Prozess wieder rückumgewandelt, um damit Strom zu erzeugen. Und was die Nutzung davon angeht, kommt man hier in der Studie von der Volkswagen Group dazu, dass zumindest was kleinere Fahrzeuge angeht, das Ganze nicht sinnvoll wäre, über Wasserstoff zu betreiben. Das liegt nämlich vor allem an dem Wirkungsgrad, weil man muss sich so vorstellen, jeden Prozessschritt, den wir mit unserer Energie tätigen, geht immer ein Teil der Energie als Wärme verloren. Und bei den Elektroantrieben sind die Prozessschritte wesentlich geringfügiger, weswegen halt auch am Ende noch 76 Prozent der Energie, die wir in den Prozess einspeisen, auch in unserem Elektromotor ankommen. Bei dem Wasserstoffauto haben wir natürlich wesentlich mehr Prozessschritte. Und es kann natürlich auch sein, dass wir hier noch gewisse technologische Fortschritte erzielen, weswegen der Wirkungsgrad sich vielleicht erhöhen würde. Zumindest kommen wir aber zum aktuellen Zeitpunkt noch auf einen Wirkungsgrad von 30 Prozent und selbst wenn wir den um 10 oder 20 Prozent erhöhen, sind wir immer noch sehr, sehr weit hinter dem Wirkungsgrad des Elektroautos. Und da sieht man schon einfach, dass zumindest Wasserstoff in solchen Bereichen keine effiziente Nutzung von Energie darstellen würde. Zu dem gleichen Schluss kommt auch die Bundesregierung für den Verkehrssektor bzw. für Energie- und Klimaschutz, dass überall, wo Elektroantriebe möglich sind, Wasserstoff keine sinnvolle Alternative darstellt. Und man eher den Anwendungsbereich in Bereichen von LKW-Schiffen und Flugzeugen in Teilen verortet. Und auch in sehr, sehr vielen weiteren Bereichen, wo man sich prinzipiell vorstellen könnte, dass Wasserstoff zur Anwendung kommen könnte, verhindert das aber sehr häufig der Wirkungsgrad bzw. die Energieeffizienz dann im Endeffekt. Wir haben hier zum Beispiel direkt ein untaniertes Einfamilienhaus mit einem jährlichen Bedarf von ca. 40.000 Kilowattstunden und um das zu beheizen über unsere Wasserstoffheizung bräuchten wir ca. 67.000 Kilowattstunden, nur um den notwendigen grünen Wasserstoff in dem Bereich dort herzustellen. Im direkten Vergleich, eine moderne Wärmepumpe soll angeblich nur 12.000 Kilowattstunden benötigen. Selbst wenn derjenige, der hier die Studie auferlegt hat, eine gewisse Intention und gewisse Interessen dort vertritt, die Diskrepanz ist wesentlich zu hoch. Selbst wenn wir hier veranschlagen würden, wir bräuchten nur die Hälfte der Kilowattstunden, sind wir trotzdem noch mit dem Dreifachen oberhalb dessen, was die Wärmepumpe dort benötigen würde. Und auch in dem Bereich sehen wir erstmal, dass es aus Effizienzgründen einfach nicht logisch wäre, das momentan hier zu etablieren. Aber es gibt natürlich auch einige Bereiche, wo man sich schon relativ sicher sein kann, dass das Ganze dort Anwendung findet, nämlich zum Beispiel der Stahlindustrie oder aber auch der Chemieindustrie. Jetzt darf man sich das Ganze nicht so vorstellen, dass wir primär unsere riesigen Anlagen, die Energie durch Wasserstoff zur Verfügung stellen, sondern das Ganze soll dort einfach nur elektrifiziert werden. Ansonsten wäre es wieder nicht energieeffizient, aber es gibt gewisse Prozesse, die in den Hochöfen zum Beispiel hier stattfinden, aber auch in der Chemiebereich stattfinden, die momentan noch über Erdgas erreicht werden. Und diese können prinzipiell nämlich über Wasserstoff ausgetauscht werden. Das hört sich jetzt so lapidar und so nebenbei an. Wenn wir uns das Ganze aber auf der Seite von Thyssen und Krupp anschauen, sehen wir alleine fürs Stahlwerk in Duisburg bräuchte man circa 720.000 Tonnen Wasserstoff, um dort den nötigen Stahl herzustellen. Und auch was das Ganze als primäres Speichermedium von überschüssiger erneuerbarer Energie angeht, wäre ich dort etwas vorsichtig, weil in der Sekunde treten wir in Konkurrenz mit anderen Speichermedien wie Power-to-Gas, Druckluftspeicher, Pumpspeicherwerke. Und dort müsste man sich wieder anschauen, wie die Effizienz ist bzw. der Wirkungsgrad der gespeicherten Energie. Und dort kann es wieder sehr gut sein, dass Wasserstoff etwas schlechter abschneidet. Was aber der große Vorteil von Wasserstoff gegenüber allen anderen Medien sind, die wir hier aufgeführt haben, ist nämlich vor allem die leichte Transportierbarkeit. Also wir haben die Möglichkeit, das Ganze von A über sehr, sehr weite Distanz nach B zu transportieren. Und das Schöne ist, mit sehr, sehr wenigen Anpassungen innerhalb unseres Gaspipeline-Netzwerks können wir das Ganze nämlich dort auch durch diese Pipelines pumpen. Und das bedeutet, wir können zwei komplett unabhängige Stromnetzwerke haben, aber wenn irgendwo überschüssige Energie produziert wird, kann das dann über Wasserstoff im Endeffekt zu uns transportiert werden und dann in unserem Stromnetzwerk im Endeffekt verbraucht werden. Und damit sehen wir schon, dass gewisse Bereiche, in denen Plug Power das eigene Geschäftsmodell verortet, dass das Ganze in der Praxis sich wesentlich komplexer darstellt und das Ganze, was den Erfolg angeht, auch mit einem großen Fragezeichen am Rande versehen werden kann. Zumindest was hier zum Beispiel Drohnen, aber auch Taxis und auch solche kleinen Transporter in Teilen angeht, auch wenn man jetzt hier eine Kooperation mit Renault bekannt gegeben hat bzw. dort, glaube ich, auch schon etwas auf den Markt gebracht hat. Und damit haben wir auch lange genug über Wasserstoff im Allgemeinen gesprochen und kommen jetzt einmal zu den Finanzkennzahlen von Plug Power. Erstmal vorab, die Aktie notiert momentan bei 7 Euro und wenn wir hier alle ausstehenden Aktien zum derzeitigen Kurs aufkaufen könnten, müssten wir insgesamt 4,15 Milliarden Euro für das gesamte Unternehmen zahlen. Wir sehen, innerhalb der letzten fünf Jahre hat die Anzahl der Aktien massiv zugelegt und das ist halt insofern negativ, dass wenn das Unternehmen irgendwann Gewinne erzielt und sich auch entscheidet, diese Gewinne als Dividende auszuschütten, dass die natürlich auf alle ausstehenden Aktien heruntergerechnet wird und in der Sekunde, wo immer mehr ausstehende Aktien existieren, bedeutet das dann auch theoretisch weniger Gewinn und Dividende pro einzelne Aktie. Schaut man sich den operativen Geschäftsbereich an, braucht man sich, glaube ich, die nächsten Jahre sowieso noch keine Sorgen, um die Dividende zu machen. Erstmal vorab hier der Umsatz aus dem Jahre 2020, der negativ ist wohl daraus resultiert, dass man die Jahre davor Dinge falsch eingebucht hat, das rückwirkend korrigieren musste, was dann halt, wie gesagt, hier in einem negativen Umsatz mündet. Schaut man sich aber die restlichen Jahre an, muss man erstmal sagen, sehr, sehr schönes Wachstum, was wir hier vorgelegt haben und Plug Power geht auch selber davon aus, dass dieses Wachstum sich sogar noch weiter verschärfen wird. Man geht selber davon aus, im Jahre 2026 ca. 5 Milliarden US-Dollar Umsatz zu generieren und bis zum Jahre 2030 sogar ca. 20 Milliarden US-Dollar generieren zu wollen. Das wäre eine Ver-25-fachung innerhalb von 8 Jahren des gesamten Umsatzes. Schaut man sich dann aber die Gewinne an und da liegt im Endeffekt das ganz, ganz große Problem, nämlich bei der Profitabilität. Da ist jetzt aber nicht nur Plug Power von betroffen, sondern im Endeffekt alle Wasserstoffunternehmen. Aber wir sehen alleine hier innerhalb der letzten zwei Geschäftsjahren in absoluten Zahlen gesprochen, hat das Unternehmen ca. 1 Milliarde Euro innerhalb des Unternehmens verbrannt. Und was die Problematik mit der Profitabilität noch mehr verdeutlicht, sieht man auch sehr schön im Q1-Bericht 2023, der diese oder letzte Woche erschienen ist, woraufhin auch dieser kleine Abverkauf stattgefunden hat. Erstmal, wir sehen hier oben die Umsätze im Jahresvergleich. Sehr schönes Wachstum, wie ich finde, zumindest von 50%. Aber die Problematik sind hier unten nämlich die Umsatzkosten, die einfach höher liegen als unsere Umsätze selber. Und damit haben wir eine negative Bruttomarge. Und das ist halt insofern negativ, weil das im Endeffekt bedeutet, wir geben wesentlich mehr Geld zur Herstellung unserer Produkte aus, als wir dann mit unseren Produkten am Ende verdienen. Und man darf in so einer Bilanz nicht vergessen, von der Bruttomarge bis zu einer wirklichen Netto-Profitabilität ist auch noch ein sehr, sehr weiter Weg. Und da kommen noch sehr viele Kosten dazwischen auf einen zu. Und damit wollen wir uns auch einmal die finanzielle Position anschauen, ob das Unternehmen überhaupt noch die Möglichkeit hat, die nächsten Jahre solch deutlichen Verluste weiterhin zu erleiden. Und hierbei sehen wir jetzt erstmal hier oben das Umlaufvermögen. Die kurzfristigen Vermögenswerte und sehr schöner Anstieg zwischen 2019 und 2021. Ich gehe mal einfach davon aus, man hat neues Kapital eingesammelt, indem man nämlich neue Aktien emittiert und ausgegeben hat. Aber das bringt uns im Endeffekt erstmal genügend finanziellen Spielraum für die nächsten Jahre, weil wir sehen hier kurzfristige Vermögenswerte liegen. Ende des Geschäftsjahres 2022 bei circa 3 Milliarden Euro. Und verrechnet man das imaginär mit den Gesamtschulden, die das Unternehmen besitzt, hat man immer noch ein netto Umlaufvermögen von 1,5 Milliarden Euro. Und das bedeutet, wir können, wenn die Verluste die nächsten Jahre sich nicht erhöhen sollten, zumindest in der gleichen Art und Weise, die nächsten zweieinhalb Jahre dort Geld verbrennen, bis dann das Umlaufvermögen im Endeffekt netto aufgebraucht ist. Aber selbst dann ist für Plug Power noch nicht mehr unbedingt Schluss, weil man kann ja auch die langfristigen Vermögenswerte bei der Bank als Sicherheit hinterlegen, ähnlich wie bei Häusern auch. Und in der Sekunde im Optimalfall, sagen wir, 2 Milliarden Euro wären Kredit. Das würde die Lebensdauer auch nochmal weitere 3,5 Jahre circa verlängern, sodass wir uns erstmal zumindest, wenn die Verluste sich nicht exorbitant ausweiten sollten, die nächsten 5 oder 6 Jahre keine Sorgen machen müssten, dass Plug Power dort möglicherweise in eine Insolvenz rutschen könnte. Und damit sind wir auch einmal schon in unserem Analyse-Tool, wo wir verschiedene Prognosen für die Zukunft erstellen werden, um dann den fairen Wert der Aktienär zu bestimmen. Und ich für meinen Teil muss gestehen, ich habe hier bei Plug Power sehr, sehr lange hin und her überlegt, ob ich das Ganze überhaupt durchführen soll, einfach weil es meines Erachtens absolut spekulativ ist, hier gewisse Prognosen in einen neu entstehenden Markt hineinzutreffen, vor allem über einen Zeitraum von 10 Jahren. Wir werden das Ganze gleich dennoch probieren, aber das Ganze muss halt, wie gesagt, mit einer gewissen Vorsicht bedacht sein, einfach weil wir so gesehen noch nicht mehr wissen, wo das Ganze wirklich am Ende Anwendung findet. Man muss sich jetzt mal vorstellen, dass Wasserstoffheizung doch gegen Wärmepumpen eine Alternative, eine ernstzunehmende Alternative darstellt. Damit verbunden wäre natürlich das Umsatzvolumen innerhalb der Branche auch wesentlich höher und die Nachfrage nach Wasserstoff auch wesentlich höher. Genau das Gleiche auch bezüglich der Gewinnmarge. Wir können noch nicht einschätzen, wo sich das Ganze hin entwickeln wird. Wird das Unternehmen oder die Industrie im Allgemeinen irgendwann Gewinnmargen von circa 2, 3, 4 Prozent irgendwo ausweisen oder wird das Ganze doch wesentlich höher liegen bei irgendwo 10 oder 15 Prozent? Und das ist meines Erachtens momentan absolut spekulativ und eigentlich erstmal noch nicht wirklich einschätzbar. Trotzdem haben wir aber gesehen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass das ganze Anwendung innerhalb der Stahl- und Chemiebranche sehen wird und deswegen gehe ich auch davon aus, dass wir die nächsten Jahre eine deutliche Zunahme der Nachfrage nach Wasserstoff sehen werden und damit verbunden dann natürlich auch eine Umsatzsteigerung. Wenn man sich das Ganze bezüglich der Analysten hier anschaut, sieht man, dass wir hier deutliches Wachstum für die Zukunft voraussetzen hinsichtlich des Umsatzes und auch was die Profitabilität angeht, geht man davon aus, dass man die nächsten Jahre schon sehr, sehr schnell in die Profitabilität drehen wird und vor allem auch im Jahre 2027 schon eine Gewinnmarge von circa 15 Prozent ausgewiesen bekommt. Genau das gleiche ambitionierte Ziel oder sogar noch ein bisschen ambitionierter sind die Ziele des eigenen Unternehmens, was Plug Power dort bekannt gegeben hat. Das würde ich auf alle Fälle als Best-Case-Varianten nehmen, nämlich 40-prozentiges Wachstum anschließend noch 35-prozentiges Wachstum bezüglich des Umsatzes oder wir flachen das mal auf 30 Prozent ab mit einer Gewinnmarge, die theoretisch ja dann in der Zukunft nach 2027 wahrscheinlich noch ein paar Prozente zulegen wird. Trotzdem müssen wir einen 10-Jahres-Durchschnitt nehmen, das heißt, wir müssen halt auch die Verluste, die wir die nächsten 1, 2, 3 Jahre hinsichtlich der Analystenschätzung hier haben, mit einpreisen. Deswegen werde ich die Gewinnmarge bei ungefähr 12 Prozent mal einordnen. In normalen und konservativen Varianten trage ich jetzt eher meine Varianten ein, das heißt, hier gehe ich nicht von so einem deutlichen Wachstum hinsichtlich des Umsatzes aus für die nächsten 10 Jahre, sondern das Ganze wird sich etwas niedriger abspielen, weil ich nicht davon ausgehe, dass der Anwendungsbereich von Wasserstoff ganz so hoch sein wird. Und um die Akzeptanz eigentlich von Wasserstoff und dem produktiven Einsatz zu gewährleisten, ist es eigentlich nicht lukrativ, dort jede Menge Gewinne oben auf die Produkte draufzuschlagen, weswegen ich eigentlich eher davon ausgehe, dass vor allem durch Konkurrenzkampf und Ähnliches das Ganze auch eher gewinnmargenarmträchtig ablaufen wird. Um dieses Wachstum überhaupt generieren zu können, muss das Unternehmen natürlich massiv Kapital in sich selber investieren, weswegen ich hier die Free Cashflow-Quote noch darunter ansetzen werde und zum Teil auch deutlich darunter ansetzen werde. Aber durch dieses erhöhte Wachstum rechtfertigt das normalerweise der Markt mit einer erhöhten Bewertung in der AGVs. Das werde ich jetzt hier dann auch bei ungefähr 20, 22,5 und 25 einordnen. Und unseren Absendungsfaktor bzw. Mindestrendite lassen wir natürlich bei 10% für die nächsten 10 Jahre und hier sehen wir schon, die fairen Werte klaffen deutlich auseinander, je nachdem, wo ihr euch verortet. Wenn ihr hier eher im konservativen Bereich seid und sagt, das wird nicht ganz so viel Anwendung finden, die Profitabilität wird die nächsten Jahre auch noch erhebliche Probleme darstellen, dann sollte man hier auch eher noch keine Position eröffnen. Wenn ihr hier schon eher im normalen Bereich seid, und da muss ich gestehen, die Gewinnmarge ist vermutlich auch hier immer noch ein bisschen durchschnittlich hoch, dann liegt der faire Wert aber hier schon mal zumindest oberhalb des aktuellen Preises und dann kann man zumindest mal überlegen, eine Position einzugehen. Wenn ihr natürlich genauso drauf seid wie im Endeffekt die Analysten, die hier auch eine mittlere Konsensschätzung, glaube ich, von circa 20 US-Dollar rausgegeben haben für die Aktie, dafür muss halt auch ein dementsprechendes Wachstum und Gewinnmarge vorliegen, dann liegt der faire Wert natürlich deutlich oberhalb des aktuellen Preises und dann sollte man zumindest laut unseres Analyse-Tools hier auf alle Fälle eine Position eingehen. Und damit kommen wir auch einmal zu meinem persönlichen Fazit. Sollte euch das Video bis hierhin gefallen haben, würde ich mich natürlich über einen Daumen absolut nach oben freuen. Das hilft einfach mir und meinem Kanal weiter. Und das Ganze stellt auch keine Anlageberatung oder Ähnliches dar. Dazu müsste man zur Bank oder zu solchen Aktienanalysten, die hier solche Prognosen erstellt haben. Ich für meinen Teil, wie gesagt, das ist nur meine persönliche Sichtweise, muss gestehen. Ich bin zwar irgendwo optimistisch, was Wasserstoff angeht, weil es zumindest sehr wahrscheinlich erscheint, dass das Ganze in der Chemie- und Stahlbranche Anwendung findet, vermutlich auch noch im Schiffsverkehr, möglicherweise im Lkw-Bereich auch noch. Und vor allem, was die Transportierbarkeit von Energie über weite Strecken von A nach B angeht, hat dort Wasserstoff natürlich einen gewissen Vorteil. Was aber diese ganzen anderen Gebiete angeht, wo man möglicherweise hin expandieren kann und wo man irgendwelche Anwendungsgebiete sieht, wäre ich extrem vorsichtig, das in irgendeiner Art und Weise für die Zukunft zu prognostizieren. Wir haben gesehen, in der Realität zeigt sich das alles wesentlich komplexer und es muss nicht überall auch dazu Anwendungen finden. Und spezifisch zu Plug Power muss ich gestehen, werde ich hier einfach keine Position momentan eingehen, einfach weil mir die Unsicherheiten drumherum wesentlich zu groß sind. Sei es in der Branche im Allgemeinen, wo sich das hin entwickelt, sei es wie die Profitabilität von dem Unternehmen aussieht. Wir haben ja nicht mehr eine Bruttoprofitabilität bisher vorliegen. Und auch was diesen Mehrwert schaffen für Aktionär angeht, habe ich da meine Zweifel, was diesen Vorstand und dieses Unternehmen hier angeht. Ansonsten würde man halt auch nicht im Endeffekt die Anteile um 160% gleichzeitig dort verwässern.